Herzlich Willkommen zu diesem Wochenendvlog. Es schneit bei uns. So sieht es aus. Es ist Wochenende und ich zeige euch mit was ich heute noch geschminkt habe. Heute habe ich ein Chill Outfit am Samstag. Heute ist der 2. April. Ich habe mich mit dieser wunderschönen Palette aufschminkt meine Lieben bei Facebook und dazu diesen wunderschönen Flush von Essence benutzt. Schaut nur wie schönes Muster das hat. Das habe ich von meiner lieben Freundin geschenkt bekommen. Letzt am Adventskalender war das mit drin. Ich habe noch diese wunderschöne Palette benutzt. Auch mega, mega schön. Diesen Blauton und ein bisschen Grün. Und die Lippen. Auch aus dem Adventskalender. Es gibt heute im Adventskalender. Auch sehr, sehr schön. Der Lippenstift. Und dazu diesen Trend Lipgloss. Aber nicht aus dem Adventskalender. Und so sieht das Ganze aus. Ich mache mir diese Ohrringe. Diese Ohrringe. Diese Ohrringe. Die Herzen haben mich extra von mein Schatzi an. Er hat sich sehr befreut über die Überraschung. Ich bin auch der Meinung, dass unsere Beziehung ist. Ich bin auch der Meinung, dass unsere Beziehung ist. Ich hatte ja heute Abend meinen Schatzi überrascht mit Kerzenschein und so. Und habe überall Kerzen angemacht und Lichterketten. Und er hat sich so gefreut. Und man kann so Kleinigkeiten mit einem eine Freude machen. Und das ist so schön, füreinander da zu sein. Für die Menschen, die man an seiner Seite hat. Das ist so was Schönes, füreinander da zu sein. Und ja, wir werden jetzt den Abend genießen. Und haben lecker zu Abend gegessen. Habt ihr ja gesehen. Es ist richtig schön romantisch. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und ein schönes Wochenende. Ich war heute Abend noch live bei Instagram und habe die Nägel gemacht und einen coolen Look gemacht. Von Essay, diesem wunderschönen Nagellack und von Essence. Auch ein wunderschöner Nagellack. Richtig, richtig schön. Richtig nice. So ist es geworden. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich lasse es jetzt in Ruhe trocknen. Da werde ich mit meinem Schatzi den Abend genießen und kuscheln. Und ja, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, einen lieben Partner an seiner Seite zu haben und da zu sein füreinander. Danke schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020